dieses Gebäude warum da 10.000 Alusaurier sind das wäre keine gute Idee wenn man da hingeht der kommt wahrscheinlich wieder von da oder er achtet Dino Ichus Dino Was hat'n der für ne Reichweite? Ein Meter. Das mehr ist ein Meter. Zack. Ich spüre die Kraft. Ihr bestimmt den Weg. Das kotzt mich so an, dass ich jetzt hier nicht aufsteigen kann, so gesehen. Mh, Trik braucht 30. Ah, scheiße. Ich muss jetzt zweimal Gatling Saurier holen. Oh, Kriegstrommel. Hm. Ordentlich ein paar Bogenschützen. Gatling Reiter austrainiert. So. Sollen wir so'n Holz Gatling? Na gut, eigentlich mit so'n Bambus Gatling, aber... Ist auch nur Holz. Bogenschützin, ausgebildet. Was soll ich tun? Ich spüre die Kraft. Gatling Reiter austrainiert. Die Samurai, stehen euch zu dir. Samurai. Dein Samurai. Ich... 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 Ich bin überlegt gerade. Ich könnte da ein Dings hinbauen. Und dann hier die Dings hin schicken. Und dann noch ein paar Einheiten hin. Ich werde das erstmal speichern. Ich habe eine Idee. Ich werde das erstmal speichern. Ich habe eine Idee. was ich denken sollte eigentlich. Oh! Ich hör' den Dings kommen. Ja, komm. Hä? Hier ist er nicht. Gesehen wurde ich auch noch nicht. Okay, dann nehme ich mal ein Tast noch. Nein, ihr sollt nicht nach da unten gehen, wie ihr wünscht. Beide können mich da hinten da nicht sehen, aber der eine, der Wächter könnte mich sehen. Ich habe gemischte Gefühle dafür. Der Blumentopf des Wahnsinns. Ja, ein schlagenes Argument. Kann der auch schießen, wenn ich hier, ne, wenn er sich bewegt kann er nicht schießen. Na gut, ist ja keine Cobra aus Starcraft. Hm. Zu diensten. Ich schweige und zuhörche. Euer Befehl? Zu diensten. Zu diensten. So. Gut. Hm. Hm. Ich will euch helfen. Fühlt meine Kraft. Ich bin soweit. Sehe ich denn jetzt eine neue an? Ich bin soweit. Was ist denn da drüben? Ja. Ich spüre die Kraft. Hier. Kein zurück. Hm. Jawohl. Ich spüre die Kraft. Warum leuchtet das jetzt? Komisch. Kein zurück wird erledigt. Kein zurück wird erledigt. Ah, ich kann von da hinten. Da ist das Flugzeug. Ich könnte hier so ein Weg freimachen und dann komme ich da hin zum Blumentopf des Wahnsinns. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Testbericht. Sehr gut. Was ist los? Halt! Ich bin soweit. Was für ein Schwarz. Ibi. Ja. Mach den kaputt. Für meinen Geschmack war dieser Kampf schon beinahe zu leicht. Ah, das klar. Keine Sorge. Da kommen bald noch mehr. Mhm. Spätestens wenn ihnen auffällt, dass die Speer nicht zurückkehren. Ich bin schon gespannt, wie viel die Seas noch zu bieten haben. Ähm. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Wenn ich in die Basis direkt angreife, dann werden sie spätestens merken, dass ich da bin. Und dann gibt's Beef. Dann fliegt also das Fleisch so vom Himmel. Und je länger der Konflikt ist, desto eher wird's gebraten. Das ist, wenn man Beef mit jemandem hat. Da fliegt Fleisch vom Himmel und es wird dann währenddessen gebraten, während man den Streit hat. Zumindest wäre das die coolste Lösung. Äh. Zumindest würde das eigentlich Hunger lösen. Auf jeden Fall. Hunger lösen. Wie ist das an der? Hm. Da wird Hunger gelöst. Mhm. Was wünscht ihr? Kann mir jetzt eigentlich schon gut vorstellen, wie dann letzten Endes die da sogar Kampftruppe so losschicken, um die Dings nicht schwer zu finden. Oh, das stimmt. Ja, ist ja jetzt, äh... Also, die Abgeordnete ist vorüber. Hm. Scheiße scheiße scheiß, würde ich sagen. Ah, ja genau, den Waffenmacher kann ich jetzt brauchen. Kann ich den hier irgendwo hinten hinbauen? Oder habe ich hier schon den ganzen Platz ausgebaut? Okay. Ich kann den nur da hinbauen. Schön. Die legt sich dann da irgendwie rein. Sondern je nachdem wo der Speer kommt, kann der dann gesehen werden. Den Speer muss ich auch beseitigen. Mörser geschultert. Wo ist der Dratschloff? Der Dratschloff, der hat was gebaut. Stimmt. Ähm, nee, T-Haus, sondern Haupthaus wird hier in die Mitte gebaut. So richtig hässlich rein. Nee, kann ich das hier irgendwo bauen? Na, ich baue ich da hin. Ich will hier noch in der Mitte so einen Sammelpunkt haben und die Einheiten sicher zu sammeln können. Ja. Da ist das Ding. Okay, Fegeberg. Die einen werden gehen Blumentopf des Wahnsinns hin. Arbeiten. Hier werde ich den Stein abbauen. Dann werde ich den Stein jetzt abreißen, weil ich den nicht mehr brauche. Und ja. Das wäre jetzt eine super Lösung für mein momentanes Problem. Ach, hier stimmt der Skorpion. Da brauche ich euch ja gar nicht mehr. Ich werde das erstmal behalten und den Skorpion als Zwischenlösung, als schnelles Arbeitsmittel nutzen. Wenn ich die dann letzten Endes nicht mehr brauche, dann mal gucken. Vielleicht können sie als Kanonenfutter oder sowas benutzt werden. Hört sich sehr unmenschlich an. Ist es vielleicht auch aber Mittel zum Zweck, Leute. Merkt euch das. Oh, der Skorpion ist fertig. Kann ich helfen? Habt ihr Kummer? Buddhas Lehren sind Liebe und Frieden. Frieden. Ihr seid mit euch da und Trupp-Kampftruppe ist hier auf dem Weg für Mitte. Buddhas Lehren sind Friede und Liebe. Und wieder höre ich, wie hier einer entlangläuft. Dass ich genau dann auf Kollisionskurs mit meinen Einheiten läuft, oder? Wenn ihr überhaupt hier an dieser Kreuzung vorbeikommt. Er kann auch hier entlanglaufen. Und darum, dann durch das Lager und irgendwie da hinten rum und dann ganz lange bruchen. Und ich hab grad meinen Bruch. Ähm. Bereit! Ich schweige und gehorche. Ah, Fliege. Ah. Ah, verdammt, ist er mir gegen die Backe gehauen. Und gegen das Headset. Euer Befehl? Ich frag euch jetzt, wie kann man sich nur gegen das Headset und gegen seine Backe hauen. Und, äh, gegen sonst noch was. Ich weiß es nicht, Leute. Tut mir leid. Da bin ich überfordert. Ich kann dann zwei Ninja bauen, äh, bauen, machen, aber, ne. Erstmal hier was hin und dann würde ich sagen, töten wir wieder einen Salta, damit ich hier ein bisschen Himmels. Platz da! Tsch... 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 T resting... T resting... Tー�Too tends. Mich total gehört eigentlich. T общiness. throws Slayer. Wir gehen mir doch das ganze Lager. Aber irgendwo wäre ich, irgendwo würde ich doch jetzt schon gerne so ein bisschen Beef mit den Seas haben wollen. Theoretisch könnte ich sie auch schon angreifen. Theoretisch könnte ich sie auch schon angreifen. Drei drauf, okay. Gut, Gott, äh, Goethe oder so. Nein, ich weiß nicht, was Goethe bedeutet. Das ist auf jeden Fall irgendein zirkischer Ausdruckbegriff oder sowas. Das heißt, glaube ich mal, ich glaube es heißt Schlampe oder sowas, oder? Oder Idiot? Oder Arschloch? Ich weiß es gerade gar nicht. Zeig mir mal so ein paar aus meiner Klasse. Ich verstehe aber, dass ich das ganze Begriff finde, ich verurteile mich auch nicht deswegen. Ich glaube, ich will das eigentlich gar nicht. Zu wissen, was sowas heißt. Ich speichere jetzt schon mal nochmal, weil es läuft ja gerade sehr gut. Oh, ich habe auf Löschen gedrückt. Ähm, mein Gans. Mein Gans. Nein. Äh, mein Hans. Genau. Sonst habe ich ja nicht, dass er immer so mein Kampf oder wie in Dragon Age nenne ich das so mein Stampf. Ne, so, äh, zuerst mein Krampf, dann mein Stampf. Genau. Jetzt mein Hans. Soll ja alles passen. Sieht man mal, dass die Reißwelle sind sehr gut bewirtschaftet. Das soll weiter, das soll so weiter gehen. Behindert. Baum dient als Holzquelle. Holz wird zum Bau von Gebäuden und Einheiten benötigt. So, also wäre man so voll behindert. Oh, was sind Einheiten? Was ist ein Baum? Ja, was brauche ich das? Stille und heimlich. Ha, tsch, tsch, pffa. Äh. Okay, das war behindert. Wir sollten handeln. Wir sollten handeln. Wir sollten handeln. Wir sollten handeln. Handeln, handeln, handeln. Das ist mein Weg. Das ist mein Weg. Überzocken. Ja, ja, das mache ich. Wie langsam die sich bewegen. Ich glaube, ich sollte mal so zusammen. Und hier dann schon mal so Dings machen. Genau. Also wenn dann so Dings schreit, so Alarm oder so, ähm... Kommt. Da lang. Platz da. Und hier letzten Endes die Lager von den Seas aufgedeckt werden. Zumindest die Positionen. Dann, äh... Platz da. Weiß ich, dass was schief... Äh... Dass was schiefgelaufen ist. Kommt. Ich geh vor. Ich geh vor. Kommt. Kommt. Ich geh vor. Oh, oh, oh. Der, der, der hier entlangkommt. Dann hätten wir ihm schon mal einen gebührenden Empfang. Oh, da kommt einer. Endlich, Action. Wer da? Alarm! Oh, fuck. Ja. Dann sollten wir schleunigst ihren Außenposten ausschalten.